Herzlich willkommen zurück zu Dart & Flutter, heute mit etwas, was ich vorbereitet habe und zwar, das könnt ihr natürlich schon, deswegen habe ich es vorbereitet, einer kleinen App, die einige Einträge enthält. Das ist im Endeffekt quasi die erste App, die wir geschrieben haben, ohne irgendwie was Besonderes. Wir haben das mit Superheldennamen gemacht, ich habe mir jetzt hier nicht die Mühe gemacht, ich habe einfach gesagt Eintrag 1 bis in unserem Fall 20, wobei ich eigentlich 50 eingetragen habe. Was ist da los? So, jetzt sind es 50 Einträge, okay, jetzt hat es funktioniert und genau, diese Einträge, das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Lass uns ganz kurz durch den Code gehen, damit wir wissen, was wir hier gemacht haben. Ich habe in derselben App gearbeitet wie davor, habe allerdings hier den State ersetzt durch eben eine Liste, die ich gebaut habe in dieser State Extension. Das bedeutet, wir haben hier einige Items, wir generieren die mit dem Namen Eintrag $i plus 1, das heißt, wir fangen nicht bei 0 anzuzählen, sondern eben bei 1 anzuzählen. Der Titel des Widgets bzw. der App oder der Material App ist Delete.me und wir haben hier den Titel, wir haben die Theme Data, übrigens dazu kommen wir noch irgendwann anders genauer. Hoffentlich zumindest, falls ihr es nicht sehen wollt, dann schreibt mir das auch ganz gerne oder falls ihr es sehen wollt, schreibt es mir. Und dann haben wir hier eben das Scaffold, das eine App Bar beinhaltet und ja, das ist im Endeffekt alles. Jetzt haben wir hier noch den List Builder natürlich und der wiederum returnt einfach nur einige List Teils, die einfach nur das Dollar Item ausgeben, das wir hier aus Items von Index auslesen können. Wobei der Index natürlich die Zellvariable ist. So, und hier wird es jetzt interessant, das ist der Teil, den wir heute machen wollen. Wir wollen nämlich heute mit Dismissables arbeiten und Dismissable heißt nicht immer unbedingt gleich löschen. Wir werden heute löschen machen, aber achtet bitte, und das ist jetzt auch wieder eine Übung, achtet bitte auf die Apps, die ihr verwendet. Die arbeiten häufig mit sogenannten Dismissables und ja, das sind einfach solche Swipeable Dinger. Das heißt, wir gucken uns das mal ganz kurz an, wie es aussehen soll. Wir wollen, dass wenn wir hier nach links oder rechts swipen bei den jeweiligen Einträgen, ah und ich habe vergessen hier die, egal, das brauchen wir in dem Fall nicht. Wir hatten bei der letzten Listen App, hatten wir hier noch so horizontale Einträge, das brauchen wir in dem Fall jetzt nicht. Aber, ähm, achtet mal darauf, wenn ihr nach links oder rechts zieht bei manchen Elementen, dann kann man hier relativ schnell Dinge tun. Nach rechts zum Beispiel kann man sagen, ich möchte das Ding speichern oder favorisieren oder sowas. Wenn man nach links wischt, dann wird häufig gelöscht oder andersrum, je nachdem, wie ihr das eben implementiert. Und das wird meistens indiziert durch rote Items zum Beispiel, ähm, und kann da tatsächlich eine große Hilfe bei sein. So, und wir machen das jetzt hier mal genau so. Das heißt, wir haben hier unseren Item Builder und der nimmt sich natürlich als allererstes mal das List-Teil vor. Das heißt, es wird kein List-Teil mehr zurückgegeben, sondern ein sogenanntes Dismissable. So, und ja, in, äh, in Dart gibt es, oder in Flutter ist quasi alles sein eigener Type, damit ihr möglichst wenig noch selber machen müsst. Und wir sehen hier, wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen hier einmal den Key reinbringen und einmal eben das Child. So, das heißt, wir machen hier natürlich das hier. So, und dann haben wir hier schon mal das Dismissable. So, okay, jetzt Key. Naja, Key, was ist der Key? Ähm, der Key ist eigentlich ein spezieller Key. Das ist ein Identifier, um eindeutig zu identifizieren, welches Item aus einer Liste rausgeschmissen wurde und welches nicht. Okay, wie machen wir das? Naja, wir sagen hier einfach, wir bauen uns einen Key. Das ist auch wieder eine eigene Klasse. Und die nimmt einfach das Item hier, was wir hier oben sowieso uns geholt haben und frisst das sozusagen. Okay, das heißt, wir haben eine eindeutige Identifizierung, weil Eintrag 1 darf nur ein einziges Mal da sein. Achtet darauf, wenn ihr hier zwei Einträge habt, die denselben Key haben, dann habt ihr ein Problem. Ähm, das können wir aber gleich mal noch kurz testen. Und, ja, das Zweite, was wir machen, ist, wir wollen hier das Child setzen. Das Child ist natürlich das List-Teil. So, und jetzt schauen wir uns das doch direkt mal an. Wie sieht das eigentlich aus? Jetzt kann ich nämlich hier hin und her wischen. Und ihr seht, wups, es ist weg. Es ist schon weg. Ja, ich kann meine ganzen Einträge hier schon löschen. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir an Dismissables haben. Also, ihr seht, ich kann sie in beide Richtungen rauslöschen. Problem an der Sache ist, ähm, naja, man sieht nicht wirklich irgendwas. Also, ja, es ist leider nicht eindeutig möglich zu sagen, hey, ähm, das war jetzt gerade Element 6, was ich gelöscht habe oder sowas. Das müssen wir hier noch reinschreiben. Und deswegen, ähm, gibt es eine, naja, nicht unbedingt Hilfe oder sowas, aber ein weiteres Item, was wir hier reinpacken können. Und zwar das sogenannte, ähm, erstmal brauchen wir natürlich das Background-Item. Background, was macht das? Naja, das setzt eben natürlich, ähm, eigentlich ist es meistens nur da, dafür, dass man eine Hintergrundfarbe setzt, beziehungsweise vielleicht etwas mit einem, ja, viele, viele machen tatsächlich auch hier mit einem Icon dran. Ähm, wir wollen hier als allererstes einfach mal eine Color setzen und zwar die Color, Colors.red. So, das bedeutet normalerweise, Achtung, dieses Item wird jetzt hier gleich zerstört werden. So, wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir, dass wir einen Fehler bekommen. Ähm, ähm, a dismissed, a dismissable widget is still part of the tree. Ähm, okay, okay, das mag offensichtlich Hot Reload nicht so sehr. Interessant. So, wir sehen hier also, wenn ich jetzt nach rechts swipe oder nach links swipe, ich kriege beides mal rot. Gut, die kriege ich jetzt hier noch ein Item rein. Naja, ich wechsle hier nochmal kurz auf unseren Container und wir sagen hier mal, dass wir ein, ähm, ein Child haben wollen. Und dieses Child soll bitte Icon von Icons.delete sein. Ähm, delete, genau. Ich dachte gerade, es gibt eine Auto-Delete, was ist da los? So, und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. Hot Reloaden und schauen uns das Ganze mal an. So, wir sehen hier, okay, das hat offensichtlich nicht ganz so gut geklappt. Das Icon wird erst ab der Hälfte angezeigt. Ja, meistens nicht so das, was wir haben wollen. Also gehen wir hierher und sagen, wir wollen natürlich noch ein Alignment reinpacken. Ähm, und sagen hier Alignment Punkt, ähm, wir nehmen mal Center Left. So, wenn wir Center Left jetzt haben, dann ist das hier drin. Und wenn ich hier so ziehe, okay, dann ist es offensichtlich direkt auf der linken Seite. Hier ist das natürlich gar nicht mehr zu sehen. Ist also nur bedingt vielleicht gut. Und jetzt machen wir halt allerdings noch ein Padding rein und sagen hier mal 40 für das Padding. Ähm, ja, natürlich Edge Insights Punkt All 40. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. So, und damit haben wir eigentlich, nein, das ist nichts. Sagen wir hier lieber Edge Insights Punkt Only. Ähm, und dann wollen wir hier natürlich Left auf die 40 setzen. Ähm, und den Rest lassen wir einfach mal so, wie er vorher war. So, das sieht doch, naja, machen wir 30 draus. Das sieht doch ganz solide aus eigentlich. Und wir haben hier einen Löschen Eintrag, wenn wir das ziehen. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass wir hier drüben irgendwas machen wollen. Und hier wird es jetzt ein kleines bisschen interessant. Denn es gibt hier etwas, das nennt sich, Achtung, Secondary Background. Secondary Background ist genauso ein Container. Und dieser Container kann jetzt hier quasi eins zu eins von uns kopiert werden. Ähm, und den setzen wir mal auf Color Green. Das wäre dann sowas wie Speichern oder Archivieren oder sowas. Und wenn wir den setzen, passiert Folgendes. Wir sehen hier, wenn wir swipen nach rechts, dann ist da immer noch dieses Löschen drin. Aber wenn wir von rechts nach links swipen, dann wird es plötzlich grün. Und damit haben wir den zweiten Background. Und natürlich könnte ich hier separate Farben dafür nehmen. Jetzt müssen wir hier natürlich nur Center Right dafür nehmen. Und hier müssen wir den Abstand nach Right definieren. Ups, Right. So, und das sollte vielleicht nicht unbedingt Delete sein, sondern Safe oder so. So, gut. Und damit haben wir einmal swipen nach links, einmal swipen nach rechts. Und wir haben eigentlich so relativ gut abgebildet, was damit gemacht werden soll. Okay, schön. Jetzt haben wir allerdings immer noch das kleine große Problem, dass wir, naja, wenn wir das eben swipen, dann verschwindet es einfach. Das heißt, wir speichern zwar die Einträge, oder es wird angezeigt, dass wir speichern, aber es passiert nichts damit. Und normalerweise möchten wir irgendwas damit machen. Normalerweise möchten wir zum Beispiel die Einträge aus dieser Liste hier löschen. Davor lasst mich allerdings noch eine Sache kurz demonstrieren. Was passiert, wenn wir hier immer dieselben Einträge haben in unserer Liste und wir dann swipen. Dann machen wir mal das da. Und dann sehen wir, okay, es offensichtlich funktioniert es noch. So, und ja, ich kann auch noch die weiteren Einträge löschen, weil, naja, sagen wir einfach mal so, es funktioniert aktuell noch. Wenn ich jetzt hier hot reloade, dann sehen wir hier auch wieder, dass ich ein Problem bekomme. Okay, aber nochmal kurz zurück zu dem, wie kann man denn eigentlich was machen, wenn man denn jetzt hier ein Dismissable hat. Nun, ich muss ja unterschiedliche Dinge machen, je nachdem in welche Richtung weggewischt wird. Und das mache ich in einer speziellen Variante, in einer speziellen, in einer speziellen, ja, Funktion eigentlich. Und zwar in einer OnDismissed-Funktion. Die OnDismissed-Funktion ist quasi euer Function Pointer auf genau das. Ihr wollt eine Funktion ausführen, wenn etwas eben weggewischt wird. So, und dieses Weggewischt, da bekommt ihr natürlich den Parameter, in welche Richtung das weggewischt wurde. Und zwar mit Direction. Also zum Beispiel, ihr könnt ihn nennen Direction. Ihr bekommt einfach einen Parameter, wie ihr ihn nennt, ist eure Sache. Aber ich nenne ihn ganz gerne mal Direction, dann weiß man gleich, was los ist. Und ja, jetzt können wir hier sagen, was genau wir eigentlich machen wollen. Als allererstes wollen wir natürlich mal den State aktualisieren, damit wir auch wissen, dass Items.removeAd angesagt ist. Und hier müssen wir natürlich den Index ansetzen, damit wir auch das Item aus der Liste entfernen können. Damit die Liste am Ende eben diesen Eintrag nicht mehr beinhaltet. So, das ist das Erste, was wir machen wollen. Das Zweite wäre zum Beispiel, wir wollen jetzt anzeigen, Scaffold.ofContext.show.snackbar. Snackbar. Snackbar. Machen wir das mal hier in eine neue Zeile. Das machen wir so. Und der Content von unserer Snackbar ist einfach ein, lass mich das auch separat auftrennen. Ups, so. Text von, was schreiben wir denn da rein? Dollar Item Deleted. Okay, und damit haben wir jetzt zumindest mal eine grobe Information, dass hier was passiert ist. Ja, ich weiß. So, okay, das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann steht hier Eintrag 1 Deleted. Und hier steht auch Eintrag 2 Deleted. So, und jetzt wollen wir natürlich noch irgendwas machen, was von der Direction abhängig ist. Und dazu müssen wir hier quasi drüber iterieren. Wir müssen unterscheiden, ob jetzt hier, oder was genau da gemacht wird, wenn überhaupt irgendwie eine Direction uns gegeben wird. So, und hier sagen wir dann also, okay, beziehungsweise, hier lasst uns das direkt im Scaffold angeben. If, und hier können wir einfach quasi nach den Directions untersuchen, welche Richtung eigentlich angesagt war. Dismiss Direction ist quasi euer Enum. Und dann haben wir hier einmal eben End to Start, Start to End, Horizontal, Up, Vertical, wie auch immer ihr das haben wollt. Normalerweise nehmen wir Start to End zum Löschen für die Default-Aktion eigentlich. Das heißt, wir haben hier String MyVar oder String Message ist gleich Deleted. Und hier sagen wir natürlich, okay, wenn wir das in diese Richtung wischen, dann passiert eigentlich nichts. Das heißt, Message ist gleich Deleted und if Direction, oder besser gesagt, else if Direction ist gleich Dismiss Direction, Punkt End to Start. Jetzt gucken wir gleich mal, ob ich das überhaupt richtig jetzt gemacht habe gerade. End to Start Message ist gleich Saved. Also ihr könnt hier natürlich irgendwie noch separate Funktionsaufrufe aufrufen. Ihr könnt hier alles machen drin. Das ist ein völlig kompletter Code. Also ruft hier gerne irgendwelche externen Funktionen zum Speichern von den Items auf. Ihr habt hier auch Zugriff auf die Dollar Items, beziehungsweise auf das Item selber. Das Item ist eure Variable, mit der ihr hier arbeiten könnt. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, was wir hier machen ist, wir geben nicht Dollar, wir geben nicht Deleted aus, sondern wir geben hier Dollar Message aus. Und hinten dran vielleicht noch einen Punkt. Okay, hot reloaden wir das Ganze mal und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben hier einmal einen Tag, der wird Deleted, dann haben wir, warten wir kurz, bis es weg ist, dann haben wir einen Tag 4 und der wurde gesaved. Und damit bleibt quasi nur für uns übrig, dass wir eben diese Save- oder Delete-Funktion wirklich implementieren. Je nachdem, was ihr eben machen wollt. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Online seid oder sowas, dann ruft ihr hier eine API auf oder ihr speichert das ganze Ding auf eurer Platte oder, oder, oder. Da bleiben euch natürlich die Möglichkeiten offen. Hat aber an sich nichts mehr mit der Dismissable-List zu tun. Die würde ich euch einfach so geben. Und achtet auch darauf, Dismissable ist kein komplettes, also kein eigentliches Element, was man unbedingt in eine Liste packen muss. Das ist an sich ein Stateful-Widget. Ihr könnt dieses Dismissable auch an anderer Stelle natürlich benutzen. In Listen macht es am meisten Sinn, weil man da damit rechnet, dass man es hin und her wischen kann zum Löschen oder zum Speichern. Aber ihr könntet das theoretisch auch an anderen Orten verwenden. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.